Herzlich willkommen zum Tagebuch der Märkte. Ich bin in Wesslingen bei Köln, beim Rewe-Markt der Familie Randebrock. Und alle bereiten sich natürlich auf die Fußball-Weltmeisterschaft vor. Aber ich habe heute so das Gefühl, es ist nichts wie sonst. Also wir gehen jetzt einfach mal rein und wenn ihr Fußball-Fans seid, dann ist das euer Markt. Wie die meisten Märkte, so hat sich auch die Familie Randebrock einiges einfallen lassen. Also quasi frische Ideen für frisches Obst und Gemüse. Das hier ist übrigens der Filialleiter Jörg Randebrock. Was haben Sie sich dann ausgedacht für die WM? Na, dann kommen Sie mal mit hier. Jetzt ist eine Menge. Gegen wen spielen wir eigentlich die erste Partie? Habt ihr auch tolle Aktionen in eurem Markt? Dann postet das Ganze unter dem Hashtag MeinMarkt und sichert euch tolle Preise!